Lasse dich nicht täuschen. In diesen ruhigen Gewässern tobt ein 20 Millionen Jahre alter Kampf zwischen zwei prähistorischen Monstern. Schnapp dir Popcorn und ein Schnorchel. Du hast einen Platz in der ersten Reihe für den ultimativen Showdown. Zwischen dem Megalodon und dem Leviathan-Wal. Wer konnte kräftiger zubeißen? Wie groß konnte ein Megalodon werden? Und wie schnell kann ein Leviathan-Wal schwimmen? Hier ist Was wäre wenn? Und das passierte, wenn ein Megalodon gegen den Leviathan-Wal kämpft. Vor 20 Millionen Jahren beherrschten sie die Ozeane. Und vielleicht kämpften sie auch vorher schon. Sie sind schon lange ausgestorben. Doch kann man ihr Erbe noch in ihren Nachkommen sehen? Schaue dir nur den Potwal an, der von seinem mit zehn versehenen Vorfahren abstammt. Selbst dieses Ungetüm ist nicht so groß wie der Leviathan. Man könnte meinen, der weiße Hai stamme vom Megalodon ab. Doch er ist eher ein Verwandter des Blauhais. Siehst du die Stupsnase und den flachen Kiefer? Treten beide Giganten gegeneinander an. Wer würde gewinnen? Bevor wir zum Hauptereignis kommen, schauen wir uns die Statistiken der beiden Kämpfer an. Der Leviathan wurde sage und schreibe 18,5 Meter lang. Während der heutige Potwal seine Beute eher einsaugt, hatte dieses Monster Zähne von der Größe von Bowlingkegeln, um seine Beute zu zerreißen. Sein riesiges Maul ist das größte Tetrapodengebiss aller Zeiten. Er ernährte sich von anderen Walen. Aber diese Zähne waren nicht die einzige Waffe dieses Killers. Der Potwal benutzt sein einzigartiges Organ, das Spermaceti, um seinen Auftrieb bei tiefen Tauchgängen zu kontrollieren. Füllt sich dieses Körperteil mit kaltem Wasser, härtet die wachsartige Substanz im Inneren aus und lässt den Wal sinken. Laut Forschern jagte der Leviathan keine Tiefseetiere, sondern nutzte wohl dieses Organ als Rambock, um Beute zu erlegen. Wissenschaftler fragen sich auch, ob dieses Organ die Echolotfähigkeit des Wals verbessert hat. Vielleicht betäubte der Leviathan seine Ziele mit einem Schallstoß. Okay, wie geht nun ein Megalodon mit so einem Kraftpaket um? Unterschätze den Meck nicht. Tests datieren Fossilien des Megalodon auf zweieinhalb Millionen Jahre. Das größte je gefundene Skelett war fast 18 Meter lang. Was ihn zum größten Fisch der Weltmeere macht. Der Hai hatte einen der stärksten Kiefer aller Zeiten. Mit 276 gezackten Zehen und einer Länge von circa 18 Zentimetern hatte sich dieses Tier seinen furchterregenden Ruf verdient. Wie die Leviathane ernährten sich auch die Megalodons von großen Walen, Haien und Delfinen. Die Babys dieser gigantischen Kreaturen verschlangen sich noch im Mutterleib bei lebendigem Leibe. So eine Theorie. Aber du bist nicht wegen der Babyhaie hier. Kommen wir zum Hauptkampf. Mit einem Gewicht von fast 60 Tonnen wäre der Megalodon schwerer als der Leviathan. Der Hai würde wohl den Wal auf seiner Patrouille zuerst sehen und könnte somit als erster angreifen. Der Wal wiegt zwar nur 45 Tonnen, ist aber viel intelligenter als sein Gegner und könnte verschiedene Taktiken anwenden. Nutzt der Leviathan seine Wendigkeit und erwischt er den Megalodon mit seinem Schallstoß im richtigen Winkel, könnte er ihn betäuben und mit seinem massiven Kopf rammen. Das warmblütige Säugetier kann nur nicht ewig unter Wasser bleiben. Es muss an die Oberfläche, um Luft zu holen. Das gibt dem Megalodon die Möglichkeit, seine Beute zu jagen. Mit einer Geschwindigkeit von 17 Metern pro Sekunde hätte dieser Urzeithai das Wasser schnell durchschwommen und sich in die Flosse des Leviathans verbissen. Erwischt er die Flosse, zerreißt sein Kiefer diese wie eine Bärenfalle. Dieses Raubtier verließ sich nur auf seinen Instinkt und seine Kraft. Und anders als der Leviathan wiche er nicht zurück. Gelingt es jedoch dem Wal, sich in den Unterleib des Heiß zu verbeißen, bricht er ihm damit das Rückgrat. Mit seinem stärkeren Kiefer und strategischen Angriffen wäre der Kampf ein für allemal beendet. Die meisten Leute online würden auf den Meg wetten. Jedoch hat der Leviathan-Wahl die Geschwindigkeit und die Intelligenz, um als Sieger hervorzugehen. Was denkst du, wer gewinnt? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Doch das war nur der Anfang. Als nächstes kämpft Gigantosaurus gegen den Troodon. Geht in eure Ecken, denn das ist ein anderes Was-wäre-wenn.